Vater und Sohn intensiv Der Vater sitzt in seinem Sessel und raucht eine Zigarre. Der Vater formt mit den Lippen Ringe aus Rauch. Der Vater formt Kringel. Seine Füße hat er auf einem Fußschemel abgestützt. Der Vater sitzt sehr bequem. Der Sohn springt durch die Ringe. Der Sohn springt auf den Vater zu. Der Sohn springt durch die Ringe auf den Vater zu. Weitere Details im Bild. Die Ringe, die der Vater formt, werden nach rechts hin größer. Insgesamt sind auf dem Bild sieben Ringe zu sehen. Durch den Ring ganz rechts ist der Sohn schon gesprungen. Durch den Ring links daneben springt er gerade. Seine Zigarre hält der Vater in der rechten Hand.